Heute, am Karfreitag, erinnern wir Christen uns an den Leidensweg Jesu. An seine ungerechte Verurteilung, an die Dornenkrone, die Nägel, den Durst, an den Essig. Es gibt aber ein viel tieferes Leiden, das unsichtbar ist und das sich der Seele im Inneren Jesu abgespielt hat. Dieses Leiden schreit Jesus am Kreuz heraus, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich nicht von Gott verlassen, weil er furchtbare Schmerzen aushalten muss, sondern weil er verflucht ist. Das Kreuz ist das Zeichen der Verdammnis. Zu wissen, dass Gott alles ist, dass man ohne ihn weder leben noch sterben kann und dass man ihn für immer verloren hat. Wenn Gott sich abgewandt hat, entsteht eine Leere, eine Einsamkeit, die die Hölle ist. Diese Hölle hat Jesus am Kreuz erfahren. Und er ist freiwillig in diese Hölle gegangen, weil wir Menschen uns genau in dieser Situation befinden. Der Mensch lebt durch die Sünde in dieser Hölle, unfähig, da aus eigener Leistung wieder herauszufinden. Jesus, der Sohn Gottes, wird zum Atheisten, zum von Gott getrennten, um bei den Menschen sein zu können, die sich durch die Sünde von Gott getrennt haben. Und wenn Jesus ganz unten an der Seite des von Gott getrennten Menschen angekommen ist, dann hat Gott den Menschen wiedergefunden. Aber das alles bleibt uns so lange fremd, bis wir entdecken, dass das alles wegen uns passiert ist. Dass ich diesen Jesus getötet habe, dass meine Schuld Ursache für sein Verfluchtsein und seinen Kreuzestod ist. Jesus hat dieses furchtbare Leiden auf sich genommen, um mich aus meiner Trennung von Gott zu befreien. Aus Liebe zu mir hat er sich verfluchen lassen. Als Petrus Pfingsten seinen 3000 Zuhörern sagt, ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen, wusste er, dass keiner von seinen Zuhörern persönlich einen Nagel ins Kreuz geschlagen hat. Er sagte das, damit im Leben der Zuhörer ein Erdbeben geschieht. Damit sich in den Zuhörern etwas von dem wiederholt, was sich im Augenblick des Sterbens Jesu in der Natur abspielte. Der Karfreitag will, dass unsere fromme Selbstsicherheit endlich einen Riss bekommt. Dass unser hochmütiges, selbstsicheres Herz durcheinander geschüttelt wird. Sonst werden wir nie bereit sein, den alten Menschen sterben zu lassen. Nie bereit sein, unseren Egoismus untergehen zu lassen und das Reich Gottes zu ergreifen. Heute im Nachtgebet am Karfreitag danke ich Jesus, dass er das am Kreuz für mich und für dich getan hat. 22 Uhr DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar. 2. 3. 4. 6.